Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, es gab ja kürzlich Insurgency umsonst und ich installiere das mal gerade. Battle Eye Launcher. Brauch ich den? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, was von einer Anti-Cheat-Engine. Mach mal. Okay. Ja, jetzt müsste ich die Firewall noch zulassen, eben. Da kriegen wir alles hin. Ja, 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 ja. Warum erinnert mich das an Dota 2? So, in der CSGO. Kooperativ, allein, mehr Spieler. Äh, ja. Okay. Äh, fix, ah, ah. Ekelhaft. Tja, ich würde mal sagen, wir machen mal mehr Spieler. Und steigen einfach mal mittendrin ein. Einfach irgendwo rein. Einfach mal gucken, was ist das hier überhaupt? Scheint ja ein Ego-Shooter zu sein, oder? Lade. Okay. 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 Ich klicke hier einfach mal irgendwas rein. Okay. Okay. Nett. Okay. 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 Kameraden getötet. Kann man mal machen, ne? Ist ja ein Chat? Sorry. Okay. Okay. I am you in this game. Okay. 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 another one. Reg out! All right, we're getting Alpha! Cover me, I'm reloading! Oh, ist... Wo? Wer? Alpha has been secured, good job! Are you okay? Achso, schon wieder ein Teammitglied gekillt. Damit werde ich jetzt auf die Schnelle wohl nicht warm. Scheint im Endeffekt sowas wie... CSGO zu sein. Nur in etwas schöner mittlerweile. Habe ich so den Eindruck. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, Ground Control. Okay, meinetwegen. Wofür auch immer. Na komm, zeig dich nochmal. Vielleicht kriege ich auch nochmal einen Kill hin hier. ... ... ... Hätte ich mal gerade ausgeguckt, hätte ich eine vielleicht gekriegt, ne, mit Reaktion. Aber so, habe ich wohl verkackt. Ja, mit solchen Spielen, da muss man sich halt immer... Da muss man immer erstmal mit warm werden. Wie verlasse ich denn den Server hier? Zurück zum Hauptmenü. Das wird's wohl sein, ne? Ja. Gar nicht mal uninteressant. Und da es was von Sonnenz gab, ne, haben wir das mal schön mitgenommen. Ähm. Ja. Das war's zur Insurgency erstmal soweit von mir. Bis zum nächsten Video. Bis bald.